Hallo und herzlich willkommen bei Voltus. Mein Name ist Jan Ehlert und in der heutigen Folge der Smart Facts möchte ich euch die neuen Light-Tast-Sensoren von MDT zeigen. Nachdem bereits der Glastaster 2 und das Smart 86 extrem beliebt sind, hat sich MDT gedacht, nun auch die Löcher in der Wand zu füllen, wo diese beiden noch keine Anwendung gefunden haben, weil sie einfach zu überdimensioniert sind oder einfach nicht zur Anwendung passen. Optisch passen sich der Glastaster Light und der Taster Light sehr gut ihren großen Brüdern an und sorgen für ein stimmiges Bild an der Wand. Funktionell sind sie mit den sinnvollsten Funktionen versehen, die man auf ein oder zwei Wippen unterbringen kann. Neben den klassischen Funktionen wie Schalten, Dimmen oder Jalousie sind auch eine Vielzahl an wertsendenden Funktionen wie zum Beispiel Farbtemperatur oder RGB-Wert vorhanden. Eine wirklich sinnvolle Funktion ist die sogenannte innovative Gruppensteuerung. Hinter diesem Namen versteckt sich eine Funktion, die nach einem extra langen Tastendruck ein zusätzliches Kommunikationsobjekt für eine Gruppenfunktion sendet. So können beispielsweise alle Jalousien im Raum als Gruppe gefahren werden, wenn der Taster lange betätigt wird, anstatt nur eines Antriebs, wenn der Taster normal betätigt wird. Ein separater Gruppentaster im Raum kann damit entfallen. Die neue Mehrfach-Tipp-Funktion ermöglicht es, bis zu vier Werte auf eine Taste zu legen, die man dann bei mehrfacher Betätigung des Tasters einfach abrufen kann. Die RGBW-Status-LEDs pro Taster lassen sich auf die individuellen Bedürfnisse anpassen. Der Unterschied zwischen den Tastern liegt fast nur im Detail. Nur der Glas-Taster-Light verfügt über die bekannte Patch-Funktion. Hingegen ist der Taster-Light optisch universeller, da er in jedes bekannte Schalterprogramm mit 55er Maß passt. Je nach Wunsch gibt es den Taster Blanco oder mit verschiedenen aufgedruckten Symbolen. Hier noch einmal die Vorteile für dich zusammengefasst. Die neuen Light-Tast-Sensoren von NDT passen optisch perfekt in jedes Schalterprogramm oder harmonieren super mit den bekannten Glas-Tastern, haben tolle Zusatzfeatures in der Applikation, verfügen über ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Der neue Taster-Light eignet sich somit hervorragend für den Einsatz in kleinen Räumen, wo nur wenige Funktionen oder eine einfache Bedienung gegeben werden soll. Zum Beispiel auch in Kombination mit einem der größeren Brüder. Wenn du Fragen zu den Produkten hast, ruf uns an, schreib uns eine Mail oder kommentier. Das war's von mir. Peace!